Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu jQuery. Heute machen wir was ganz besonderes, nachdem wir letztes Mal sozusagen die Basics abgeschlossen haben. Dieses Mal geht es dann um sogenannte RESTful APIs und die könnt ihr realisieren, indem ihr JSON-Daten habt. Also darauf werden wir noch zu sprechen kommen, wie ihr diese Daten hier sozusagen formatieren könnt und wie ihr das Ganze dann dynamisch auf eine Webseite laden könnt. Achtung, diese Datei liegt irgendwo extern und enthält einfach nur Daten, zum Beispiel irgendwelche Links von irgendwelchen Mediendaten, in meinem Fall sind es einfach nur ein paar Namen. Und mit diesen Links könnt ihr dann weitere Sachen machen, also zum Beispiel könnt ihr dann anhand dieser Links neue Sources laden oder sonst irgendwas machen. Ziemlich coole Sache. Und ja, das wollen wir heute hier einbauen, und zwar mit jQuery, nicht mit JavaScript. Mit JavaScript habe ich das extra nicht gemacht, weil es einfach mit jQuery so 10.000 Mal leichter ist. Mit JavaScript ist das wirklich ein bisschen umständlich und deswegen machen wir das jetzt einfach mal hier. Es gibt nämlich eine wunderschöne Funktion von jQuery, einfach ein $.ajax. Und ja, eigentlich steht das X hier für XML, also das Ganze heißt Asynchrones JavaScript and XML. Irgendwie nutzt man mittlerweile kein XML mehr, weil XML, keine Ahnung. Ja, also man kann es durchaus noch nutzen, aber heutzutage wird eigentlich eher JSON verwendet und dann müsste es eigentlich ajax heißen oder sowas, aber naja, macht man nicht, weil es immer noch Ajax heißt und immer noch dasselbe kann wie früher auch, wo man noch XML benutzt hat. Super, das ist einfach eine stinknormale Funktion, das heißt wir machen hier Klammern drumherum und packen unser Semikolon wieder mal hinten dran, damit wir nicht verwirrt werden. So, und jetzt kommen wir wieder zu der Schreibweise, die ich in den letzten paar Videos häufig benutzt habe, nämlich wir machen diese geschweifte Klammer auf und die geschweifte Klammer zu und machen ein Enter rein. Das ist im Prinzip schon so eine Art JSON, wenn ihr euch das mal anguckt, hier geschweifte Klammer auf, irgendwelche Daten, dann ein Komma und dann wieder geschweifte Klammer zu am Ende. So funktioniert es im Prinzip hier drin auch. Und was ihr jetzt hier reinschreiben müsst, sind so ein paar Dinge. Zunächst einmal, wir wollen eine Datei vom Server lesen, das heißt da wo die Datei quasi liegt, die wollen wir einfach auslesen und verarbeiten bei uns drin. Das heißt, wir brauchen ein GET-Request, also GET-Requests sind sozusagen, ich möchte was von dir haben, deswegen GET, also ich will was bekommen von dir. Und von dir meint Server, also Type ist gleich GET. So, das wäre das erste. Mit Komma trennt man diese Dinger wieder, für die Leute, die meine letzten Videos nicht gesehen haben. Und dann müssen wir angeben, natürlich, welche Datei möchtest du denn gerne haben. Achtet darauf, sicherheitsmäßig speichert da bitte keine Passwörter oder sowas drin oder auch keine Userdaten. Das sind tatsächlich Dateien, die man einfach so öffentlich angucken kann. Ich kann euch das gerade mal ganz kurz zeigen und zwar, wenn wir hier einfach in den Ordner SQLI gehen, dann sehen wir dieses Verzeichnis. Das könnt ihr bei jeder Webseite im Prinzip machen. Es sei denn, es gibt einen index.php, dann wird das gemacht. Aber ihr könnt auch einfach direkt mydata.json hier hinten dran eingeben, also den Pfad und dann mydata.json. Und schon habt ihr diese Datei, ihr könnt die komplett auslesen. Das heißt, die ist nicht verschlüsselt, die ist komplett öffentlich. Und wenn ihr da irgendwie wichtige Daten, wie zum Beispiel Passwörter drin speichert, dann wäre das echt nicht so geil, muss ich mal so sagen. Okay. Und was wir jetzt machen wollen, ist hier URL, Doppelpunkt, also quasi wo liegt meine Datei. Und in meinem Fall ist das einfach im selben Ordner. Achtet darauf, ihr könnt hier auch einen anderen Pfad eingeben, aber in meinem Fall einfach derselbe Ordner. Das heißt mydata.json. So, wunderbar. Jetzt einfach, also oftmals wird es auch in einen Ordner mit API gelegt und dort dann verarbeitet. Aber das muss man tatsächlich nicht machen. Wir machen das jetzt einfach mal so, also in demselben Ordner. Okay. Komma. Und jetzt müsst ihr angeben, wenn ihr json benutzen wollt und nicht xml, dann müsst ihr hier angeben, datatype, Doppelpunkt. Und wer hätte es gedacht, json. Also einfach json eingeben, fertig. So. Und nächster Teil ist jetzt, was wollt ihr tun, wenn es tatsächlich funktioniert hat. Also ihr könnt ja auch so Sachen machen, wie ein Error angeben. Aber normalerweise möchte ja man bei einem Error eigentlich lieber gar nichts tun. Deswegen sagen wir hier Success. Also wenn alles funktioniert hat, dann soll irgendwas passieren mit den Daten, die wir vom Server geladen haben. Die Daten sind jetzt hier tatsächlich einfach das hier. Und wir wollen das Ganze in eine Funktion packen. Ihr könnt hier auch den Namen einer Funktion einfach angeben. Aber in jQuery ist es irgendwie üblich, dass man Funktionen in Funktionen in Funktionen hat. Und deswegen schreiben wir uns hier eine Funktion. Und die braucht hier tatsächlich mal ein Parameter ausnahmsweise. Denn Success liefert mir diese myData.json hier rein. Das heißt, ich kann danach hier drin mit dieser JSON-Datei umgehen. Ich nenne die jetzt einfach mal Data oder Data für, ja, das ist irgendwie der Standardname. So. Und jetzt schauen wir uns diese Datei einfach erstmal kurz an. Window.alert. Und packen hier einfach die kompletten Daten rein. So. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier, ups, das ist die falsche Datei logischerweise. Wenn wir uns jetzt diese Datei hier angucken, müssen wir einen Klick auf das Diff machen, damit dieses JSON überhaupt geladen wird. Warum das Diff? Weil das aus meinen letzten Videos irgendwie immer noch ein Relikt ist. Und auch dieses furchtbare Design mit diesem ekligen Blau und dem Roten und so weiter ist alles noch ein Relikt aus früheren Zeiten. Tut mir leid. Aber egal. Gut. Wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir hier Object, Object, Object und nochmal Object. Damit können wir jetzt herzlich wenig anfangen. Aber wir wissen schon mal, dass es funktioniert hat. Das ist doch wunderschön. So. Was wir jetzt hier machen ist, wir wollen einmal komplett durch dieses Ding durchlupen. Also was wir hier im Prinzip bekommen, es ist ein Array. Und mit Arrays kann ich wunderbare Sachen machen. Zum Beispiel kann ich hier einfach auf mein Datum zugreifen. Das heißt, ich kann sagen, hey, ich hätte gern das 0. Element erstmal, so als Einsteigersache sozusagen. Und davon ganz gerne den, was hatten wir hier gesagt, es gibt einen Vornamen und es gibt einen Nachnamen. Achtet darauf, dass es vielleicht bei euren JSON-Dateien hier immer dieselben Keys vorne dran, also das sind die Keys, das ist tatsächlich der Wert hinten dran. Achtet darauf, dass die Keys vorne dran immer dasselbe sind, sonst könntet ihr Probleme bekommen, wenn ihr irgendwie mal was habt. Und dann habt ihr die Schnittstelle, aha, First Name, Last Name. Das ist sozusagen alles, was ihr dann wissen müsst über diese Datei. Es ist völlig egal, was hinten dran in den Werten dasteht. Das könnt ihr dann einfach irgendwie ausgeben. Und wir machen jetzt folgendes, wir haben First Name, ups, Achtung, First Name habe ich bei mir den Namen groß geschrieben, also hier N groß geschrieben. Das ist eine relativ populäre Schreibweise, kennt ihr auch schon aus meinen anderen Videos. Dann sagen wir einfach ein bisschen leer zwischendrin und dann sagen wir Data von 0.Last Name. So, und jetzt können wir hier das Ganze einfach ausgeben und wir sehen Thomas Anderson. Wunderbar. Wenn wir jetzt hier den ersten eingeben, also wir haben hier logischerweise nur insgesamt bis 0.1.2, also wir können bis 2 gehen, aber ansonsten haben wir ein Problem. Das heißt, ich lade das jetzt nochmal neu und wir sehen Agent Smith wird ausgegeben und bei 2 logischerweise dann der Agent Brown. Wunderbar. Jetzt könnte ich hier einfach eine Vorschleife benutzen. Ich werde euch aber im nächsten Video noch die For Each Schleife von jQuery zeigen und damit könnt ihr dann schon mal recht viel machen. Was ihr hier sinnvollerweise tun solltet, ist nicht unbedingt ein Alert zu schreiben. Was man normalerweise tut ist, man packt das in irgendwelche Dinger rein. Das heißt, wir wollen sowas machen wie $ von .test oder nee, doch wir nehmen Test. $ von test, ich mach das mal hier ein bisschen weiter weg, .html. Und dann wollen wir hier einfach das Datum reinschreiben. So, wie das jetzt aussieht, ist, wir ändern sozusagen den HTML oder wir könnten auch einfach den Text ändern auf das, was hier drin steht. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Klick drauf mache, dann steht hier plötzlich Agent Smith und Agent Smith drin. Und zwar dynamisch geladen, das heißt absolut, ihr musstet nicht irgendwie während jetzt die Seite oder ihr musstet nicht die Seite neu laden, sondern ihr konntet euch einfach von dieser JSON-Datei den Namen ziehen und konntet den irgendwann auf Klick setzen, sozusagen dynamisch, ohne dass die komplette Seite neu geladen werden musste, sondern nur ein kleiner, kleiner Teil. Und das ist wirklich sehr sinnvoll, das ist auch der Trick oder quasi der Grund, warum diese REST-APIs so sinnvoll sind und so berühmt auch sind. Sie sparen nämlich extrem viel Leistung. Und ja, deswegen einfach mal damit ein bisschen rumprobieren, rum Spaß haben und nächstes Mal gibt es dann wie versprochen die $.each-Schleife oder die $4each-Schleife von jQuery. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.